So. Dünne, ne? Halt. Das ist Schwanz, ja. Das wird spannend. Schwanz. Schwanz. Komm, komm, komm. Da kommt eine kleine Spontanöffnung. Schwanz. Komm, komm, komm. zagstie. Komm, komm, komm. Ja, ist der bei mir auch schon tot? Bei Bingo? Ja, ja. Schau mal, wie es drin ist. Komm, Baby, let's go. Jetzt haben wir mal die Gans. Das ist jetzt natürlich sehr unschön, ne? Sehr unschön. Da muss doch ein Minimum da oben reinkommen. Aber trotzdem oft drin, ne? Ja. Das heißt eigentlich immer ein bisschen Kapital auf Tutti, ne? Ja. Eigentlich ist ja Explosion immer noch das beste Gerät. Wenn die reinkommen, also finde ich, dann finanziert sich manchmal so das Spiel ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zurück. Komm. Der einzige Automat, der überhaupt ein bisschen was gebracht hat, ne? ist und bleibt mir widerlich erlaubt. Ja. 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 Ja, ne? Yeah, ne, ne, ne? Scheisse. Hm. Gut. Nix. Es tut mir leid. Das war kein feiner Zug. 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 Das ist kein feiner Zug. Das ist ein feiner Zug. Schaut euch doch mal genau an. Schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Daumen hoch und abonnieren.